Wo sind wir hier, Tom? Ich glaube im verlassenen Zirkus. Hier stehen überall leere Stände. Was ist hier los? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Überall blutig. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Ich auch und tote Köpfe. Ja. Wie viele Menschen sind hier oben gekommen? Die stehen auch überall seltsame Bilder oder so. Sieht ja auch, sieht auch alles sehr alt aus. Sieht überall Spinnennetze und Lianen. Keine Ahnung, was hier damals passiert ist. Blutspur. Ja, da liegt überall Blut. Und führt das eine Blutspur. Zu einem riesigen kaputten Zelt. Sieht das von so weit aus. Hier ist eine Blutspur führt zu diesem kaputten Zirkuszelt. Was ist hier wohl passiert? Was ist das? Wo? Da, ich hab was gehört. Mein Wohnwagen? Ja. Komm, wir gehen rein. Hier ist auch überall Blut. Viele Menschen sind hier umgekommen. Schau mal in der Kiste nach. Komm, jetzt sehen wir uns mal das Zirkuszelt an. Ja, komm, wir gehen rein. Der Eingang scheint noch gerecht in Ordnung zu sein. Hier ist auch überall, hier sind auch überall Blutspur. Hallo. Was war, was ist das? Freunde, ich möchte ein Spielchen mit euch spielen. Ah, ein Kinderklauen. Komm, schnell weg. In den Geheimgang, schnell. Los. Schnell runter. Bleibt stehen. Komm, schnell hier rein. Verstecken wir uns dort. Wo sind die hin? Die können nicht weit gelaufen sein. Hm, Mist. Puh, er ist weg. Aber, da ist eine verschlossene Tür. Wir müssen wohl einen Schlüssel suchen. Folgen wir dem Clown? Ja. Äh, was ist das für eine? Ist ja wie in der Achterbahn. Die geht aber schnell runter. Ja, allerdings. Ja. 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 Ich glaube, ich kann den Schalter umlegen. Okay. Hab's geschafft. Hab's hingekriegt. So, jetzt warten wir auf den Clown und dann werden wir ihn zur Strecke bringen. Ich bin gleich da. Hä, wie kann das sein? Wir konnten die ausbrechen. David, ihr Hand, sofort mehr. Los, auf, hink rauf. Wir haben ihn besiegt. Ich hab den Schalter. Gut. Dann nichts mehr raus hier aus diesem verrückten Zirkus. Los, komm. Das ging schneller als gedacht. Ja. So, jetzt öffnen wir die Tür und dann raus hier. Ja. Endlich wieder draußen. An der frischen Luft aus diesem verrückten Zirkushaus. Zum Glück. Ja, allerdings. Puh. Das war haarscharf. Komm, lass uns nach Hause gehen. Los, auf zu mehr Kiss. Well, rock doll. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020